Haben Sie die lächerliche Nachricht über den winzigen Motor von Königsegg gehört, der leistungsfähiger ist als der neueste Tesla? Ist er enthüllt worden? Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass ein Motor, der nicht größer als Ihre Handfläche ist, den neuesten Tesla übertreffen kann? Tauchen Sie ein, während wir die aufregende Dynamik erkunden und die entscheidende Frage stellen. Kann Größe wirklich über Leistung siegen? Das interessante Design des Quark im Motor ist klein, aber leistungsstark. Der innovative Königsegg-Quark im Motor geht über die übliche Welt der Elektromotoren hinaus und stellt einen echten Paradigmenwechsel in der Technik dar. Abgesehen von seiner erstaunlichen Leistung ist dieser Motor ein großartiges Beispiel dafür, wie die Prinzipien des Radial- und Axialflusses geschickt in einer einzigen erstaunlichen Einheit kombiniert wurden. Diese innovative Integration, die als Raxium Flux bezeichnet wird, ist wie eine wunderschöne Symphonie, die die besten Teile jeder Methode kombiniert. So wird zum Beispiel das unübertroffene Drehmoment des Axialflusses bei niedrigen Drehzahlen perfekt mit dem Leistungskrescendo des Radialflusses bei hohen Drehzahlen kombiniert. Um zu verstehen, wie dieses Wunderwerk funktioniert, stellen sie sich einen Tanz von Spulen vor, die einen faszinierenden Tanz zwischen einer Gruppe von Magneten aufführen. In der Welt des Axialenflusses findet dieser Tanz auf der Achse statt. Er hat eine senkrechte Bahn, die gleichmäßig und schön ist. In der Welt des Radialenflusses findet die Choreografie außerhalb dieser Ebene statt. Sie basiert auf einer Zentrifugalkraft, die dem Ganzen eine sehr lebendige Energie verleiht. Die Innovation von Königsec ist die Kombination dieser Choreografien, eine symphonische Fusion, die ein unübertroffenes Verhältnis zwischen Drehmoment, Leistung, Drehzahl und Gewicht schafft. Es ist eine perfekte Harmonie, die ein unverwechselbares Kraftpaket hervorbringt, das ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verändert. Und das ist nicht etwas, worüber die Medien in den Nachrichten berichten. Inmitten des technischen Jargons und der wissenschaftlichen Wunderwerke liegt ein Geheimnis. Stellen Sie sich eine Innovation vor, die so revolutionär ist, dass sie Konventionen neu definiert. Schon neugierig geworden? Der Königsec-Quark-A-Motor ist nicht nur eine Evolution, sondern eine Revolution, die darauf wartet, entfesselt zu werden. Halten Sie sich fest, denn der beste Teil dieser Geschichte kommt erst noch. Der Königsec-Quark-A-Motor geht im Grunde genommen über die typischen Bedeutungen hinaus. Er ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Wissenschaft und Autodesign auf wunderbare Weise zusammenkommen können. Er wird einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte des technischen Fortschritts hinterlassen und den Beginn eines neuen Zeitalters markieren, in dem die Grenzen der Technik durchbrochen werden und das Außergewöhnliche zur neuen Normalität wird. Effizienz und Innovation Die Geheimnisse des Quark-Motors gelüftet Der Quark-Motor demonstriert die Kompetenz von Königsec als Unternehmen in den Bereichen Leichtbau und intelligente Technik. Er zeigt sehr deutlich, wie sehr sich das Unternehmen dem Prozess der Entwicklung origineller Konzepte verschrieben hat. Das Gewicht des Motors von nur 30 Kilogramm, das ist weniger als eine Feder, setzt ein außergewöhnliches Niveau und macht ihn besser als die Motoren in herkömmlichen Tesla-Modellen. Das Gewicht des Motors ist mit dem Gewicht einer Feder vergleichbar. Dies ist ein deutlicher Beweis für die ständigen Bemühungen der Marke, nicht nur überschüssiges Gewicht loszuwerden, sondern auch die Leistung zu maximieren, die er liefert. Durch den erfolgreichen Einsatz modernster Materialien und modernster Kühlverfahren strahlt der Motor einen Hauch von Mystik aus, was zu seiner Attraktivität beiträgt. Die Verwendung der 300-Mehr-Stahlwelle, die sich in den rauen Umgebungen des Motorsports und der Fliegerei bewährt hat, stellt eine einzigartige Mischung aus der Notwendigkeit dar. Ein wünschenswertes Gewichtsprofil beizubehalten und gleichzeitig die Anforderungen an die Festigkeit zu erfüllen. Eine deutliche Steigerung des Gesamtwirkungsgrades des Motors wird durch den geschickten Einsatz direkter Kühlmechanismen erreicht, was auch wesentlich zur geringen Größe und zum platzsparenden Design des Motors beiträgt. Die Kohlefasertechnologie von Königsegg steht wieder im Rampenlicht, dieses Mal beim Bau des Rotors. Das zeigt, wie kreativ Königsegg ist. Durch den geschickten Einsatz dieses leichten und hochfesten Materials im Rotor schafft Königsegg den perfekten Spagat zwischen Gewichtsreduzierung und Leistungsstärke der Maschine. Dieses besondere Beispiel für die Vorteile der Kohlefaser zeigt, wie erfolgreich sie in vielen verschiedenen Bereichen ist. Von der Welt der Räder bis hin zum detaillierten Design von... Der Quark-E-Motor ist der Beweis dafür, dass Königsegg die Grenzen der Autotechnik immer weiter hinausschiebt. Er ist mehr als nur ein mechanisches Wunderwerk. Er ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, wie Königsegg die Zukunft von Hochleistungsfahrzeugen sieht. Der Quark-E-Motor ist ein wichtiges Teil des Puzzles, das die Art und Weise, wie sie fahren, verendert. Er wurde sorgfältig entwickelt, um mit dem hochmodernen TFG-Motor des Königsegg Gemera zu harmonieren. Der Quark-E-Motor erhält seine Beschleunigung im Wissentlichen durch das Prisma der elektrischen Energie. Dies wird erreicht, indem die Tatsatsche genutzt wird, dass Elektromotorien in der Lage sind, in relativ kurzer Zeit einen Drehmoment zu erzeugen. Dank dieser Technologie erlebt der Fahrer eine Beschleunigung, die sowohl unmittelbar als auch berauschend ist und einen neuen Leistungsstandard in der Welt des Automobils setzt. Der bahnbrechende Quark-Elektromotor von Königsegg ist ein klares Beispiel für das Engagement des Unternehmens, an der Spitze der Innovation zu stehen, während sich die Automobilindustrie der elektrischen Revolution zuwendet. Einige Kritiker mögen darauf hinweisen, dass einige andere Elektrofahrzeuge scheinbar mehr Leistung haben, aber die clevere kleine Größe, die unübertroffene Effizienz und die intelligente Integration des Quark machen ihn zu einem echten Spitzenreiter im Rennen um die Verbesserung elektrifizierter Autos. Der Quark-E-Motor, der eine echte technische Meisterleistung darstellt, ist sehr flexibel und kann für viel mehr als nur den Gemera-Typ verwendet werden. Seine erstaunliche Fähigkeit, eine breite Palette von Fahrzeugen anzutreiben, von Elektroautos bis hin zu agilen Drohnen und darüber hinaus, zeigt, wie flexibel er ist und wie sehr sich Königsegg immer dafür eingesetzt hat, Industriestandards zu verändern. Aufbauend auf einer langen Geschichte, in der Königsegg immer wieder an Grenzen stößt und leistungsstarke mechanische Wunderwerke herstellt, ist der Schritt in die Welt der Elektrofahrzeuge nicht nur eine Evolution, sondern eine faszinierende Transformation, die eine Ära vorwegnimmt, in der rohe Kraft, kompromisslose Effizienz und bahnbrechende Innovation harmonisch zusammenwirken werden. Letztendlich ist der Königsegg-Quark-E-Motor ein großer Erfolg, der einmal mehr beweist, dass die Marke an der Spitze der Automobiltechnik steht. Die Fähigkeit dieses winzigen Kraftpakets, Effizienz, Leistung und geringe Größe zu vereinen, deutet auf eine Zukunft hin, in der Elektrizität und hohe Leistung auf eine noch nie dagewissene Weise zusammenkommen und den Weg für eine neue Ära großartiger Autos ebnen werden. Wenn dieses Video hilfreich war, abonnieren Sie es und wir sehen Sie im nächsten. Tschüss.